Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei unserem iPhone oder iPad Zeitlimits für bestimmte Apps sowie Auszeichen einstellen können. Hierfür öffnen wir als erstes einmal die Einstellungen bei unserem Gerät und da müssen wir einfach ein bisschen runterscrollen bis zu dem Punkt Bildschirmzeit und da klicken wir dann einmal drauf. Wir beginnen jetzt würde ich sagen einmal mit den App Limits, danach stelle ich euch noch die Auszeit vor. Und zwar haben wir dann hier wie gesagt den Punkt App Limits mit so einer kleinen Sanduhr und wenn wir das einmal auswählen, dann können wir hier ein neues Limit hinzufügen. Wenn ich das einmal auswähle, dann habe ich hier die Möglichkeit entweder ein Zeitlimit für eine gesamte Kategorie hinzuzufügen, beispielsweise für die Kategorie soziale Netze. Dazu zählen dann eben alle Apps, die ich von der entsprechenden Kategorie auf meinem Gerät installiert habe. Ansonsten könnte ich aber beispielsweise auch für eine einzelne App ein Zeitlimit festlegen, beispielsweise für ein bestimmtes Spiel oder hier beispielsweise für ein bestimmtes soziales Netzwerk, beispielsweise TikTok, dann würde ich hier TikTok einfach auswählen. Und dann einmal auf Weiter klicken. Dann kann ich jetzt eben hier das Zeitlimit einstellen. Wir können hier erstmal die Stunden einstellen und dann noch die Minuten. Angenommen, ich will jetzt hier ein tägliches Zeitlimit von einer Stunde und 15 Minuten einstellen, dann kann ich das hier entsprechend auswählen. Eventuell könnte ich dann nochmal die einzelnen Tage anpassen, beispielsweise wenn ich sage, okay, am Wochenende kann ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr gönnen, dann könnte ich das eben nochmal speziell dafür anpassen. Ich sage jetzt aber, ich will jeden Tag ein Zeitlimit von einer Stunde und 15 Minuten für TikTok haben. Dann klicken wir oben rechts in der Ecke einmal auf hinzufügen und so können wir dann erstmal grundsätzlich Zeitlimits für einzelne Apps einstellen. Jetzt können wir aber mal noch einen Punkt zurückgehen und zwar zu der Auszeit. Wir können nämlich jetzt auch sagen, dass wir generell von beispielsweise 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens eine Auszeit einstellen, damit man eben in dieser Zeit bestimmte Apps gar nicht benutzen kann, egal ob wir unser tägliches Zeitlimit schon erreicht haben oder eben noch nicht. Hier können wir dann nämlich ganz einfach die Auszeit planen, entweder eben wieder jeden Tag gleich oder wir können auch die einzelnen Tage wieder anpassen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich vor allem am Wochenende relativ interessant. Wenn ich jetzt sage, ich will eine tägliche Auszeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens haben, dann kann ich das hier so einfach auswählen. Und dann sind eben während dieser Zeit nur von mir zugelassene Apps sowie das Telefon verfügbar. Allerdings ist es so, dass man die Zeitlimits jetzt rein theoretisch noch umgehen könnte und damit genau das eben nicht passiert, scrollen wir jetzt einmal ein bisschen runter und dann haben wir hier den Punkt Einstellungen für Bildschirmzeit sperren. Da klicken wir dann einmal drauf und dann können wir hier einen Bildschirmzeitcode festlegen. Den solltet ihr euch natürlich gut merken und nur mit diesem Code können wir dann gegebenenfalls eben unsere Bildschirmzeit doch noch im Nachhinein verlängern. So sieht das dann also in der Praxis aus. Meine Bildschirmzeit für eine bestimmte App ist jetzt abgelaufen. Die App ist also erstmal gesperrt. Gegebenenfalls könnte ich hier unten aber doch noch etwas mehr Zeit anfordern. Entweder noch eine Minute oder ich müsste meinen Bildschirmzeitcode eingeben, um eben noch mehr Zeit freizugeben. Wenn ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr auf einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao! Ciao!